So, da bin ich wieder mit James Bond, 007, der Morgen stirbt nie. Und wir sind schon bei Level 5 angekommen, und zwar Hotel Atlantik Hamburg. Alles gleich, ich nehme das direkt nach dem letzten Part auf. Und jawoll, dann schauen wir mal weiter. Wir sind noch in Hamburg und kriegen jetzt unsere nächste Instruktion. Der Geheimdienst sammelt immer noch Informationen über Carvas Verbindung zum Devonshire Unglück. Sie haben heute Abend frei. Ich sehe, Sie haben eine Verabredung mit Paris Carver im Hotel Atlantik. Gehen Sie doch einfach hin und entspannen Sie sich mal. Ja, genau, als ob wir uns da entspannen. Jetzt war ehrlich. Wenn die das schon so sagt, kann das ja nur scheiße werden. Naja. Hotel Atlantik, Moment mal in Hamburg. Da war doch der... War da nicht der Udo Lindenberg drin? Oder lebt der da nicht irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah. Yeah, wir kommen ganz cool in unseren BMW reingefahren. Alles klar. Eine Schleichwerbung hier. Und die sind direkt Gegner. Okay, wir haben aber nur die... Die Waffe hier. Ah. Shit. Ich weiß nicht, wie man sich hier hinkniet. Das ist das. Ah. Und du auch. Komm. Ne, 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 ne. Vergiss es. Da werden wir direkt hier nett begrüßt. Das ist also hier, hier, ne. Hier, ne. Ah, Moment. Hier. BMW. Ha. Geile, geile Schleichwerbung nicht. So. Naja. Was haben wir hier? Hier ist die Tür. Gesperrt, okay. Ah, die Mocker ist so geil. Ja, genau. Raus aus dem Parkhaus und rein ins Hotel Atlantik. Oh, ja, 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 ja. Genau. Ah, wir haben ja... Wir sollen uns hier entspannen. Deswegen haben wir ja keine vernünftige Waffe jetzt. Aber wir haben zum Glück die Typen, die uns ihre Waffen geben. Gesperrt, okay. Dann direkt hier rein. Was haben wir hier? Einmal verstecken. Ah, alles klar. Ich sehe euch, Freunde. Ich sehe euch. Zack. Ah, der kommt. Der kommt. Okay, komm. Yo, Headshot. Beide mit dem Headshot. Das ist gut. Da ist aber noch einer. Wow. Da ist aber noch einer. So. Komm schon. Da liegt steht der Barkeeper rum und guckt uns an. Okay. Ah, komm schon. Mensch. Hey. Oh. Ist das eine Scheiße. So, jetzt. Alter. Okay. So. Dann jetzt. Zack, zack. Hol dir das. Eingreifen, was? Was haben wir hier noch? Ah, das ist die... Das ist die Lobby. Alles klar. Ich verstehe. Hier ist aber nichts. Das ist immer eine ziemlich große Lobby hier. Na ja. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Ah, Munition. Das ist gut. Rüsten wir uns noch ein bisschen auf hier. So. Was ist jetzt mit dir? Oh. Soll ich mit dir reden? Eingreifen. Was heißt eingreifen? Kann ich Ihnen helfen, Mr. Bond? Ah. Ich suche Paris Carver. Haben Sie sie gesehen? Ja, ich glaube, sie wartet in ihrer Suite. Und ihre Anwesenheit ist dort ebenfalls erforderlich. Jo. Alles klar. Einfach mal eiskalt hier erschossen. Okay. So. Was soll ich jetzt? Ah. Schlüsselbund erhalten. Und... Ah. Fahrstuhl aktivieren ist das Ziel. Okay. Dann... Ah, mir die Backskippe. Die erstmal. So. Sind hier Gegner? Na, ich glaube nicht. Okay. Dann... Was ist das hier? Ah, hier komme ich, glaube ich, wieder raus. Ja, genau. Aber... Ja, erstmal gucken, ob hier noch jemand ist. Elevator. Fahrstuhl. Ah. Fahrstuhlknopf. Okay. Ah. Wo kommt ihr denn her? Hey. Hey. Nichts da, Freunde. Heh. Nichts da. So. Weiter geht's. Die Mucke ist geil hier. So. Na dann. Lauf, 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 lauf. So, raus hier. Komm schon. Ich glaube, da hinten die Tür ist das nämlich. Ah, ich hab... Ey. Ich hab Leute gehört. Verhascht mich nicht. Hat doch irgendjemand eben die Tür zugemacht. Ah, ne. Okay. Alles klar. Ah. Kisten. Ey, ey. Hol doch die Muni. Oh, zack. Wo denn? Was? Ah. Ey. Yo, die Mucke ist geil. Genau. Okay. Da ist noch einer. Wo kommen die auf einmal alle her? Ja. Da, 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 da. Yeah. Zack. Jawoll. Ja. So. Und genau. Lauf um den BMW drumrum. So. Alles klar. Dann. Darf ich jetzt endlich mal hier draufdrücken? Ja? Immer noch nicht. Ey. Ey, die gehen mir langsam. Ich auf den Sack. Das ist der Typ. So. Komm schon. Ey, hallo. Ey, 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 ey. So geht das noch gar nicht hier. Das ist scheiße. Oh. Leichte Panzerung. Sehr gut. Kann ich jetzt hier draufdrücken? Danke. Fahrstuhl aktivieren. Kann ich die kaputt machen? Ah, nix. Ab in die... Zwischen die... Zwischen die Beine. Ha, 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 ha. Geil. Ah, die Kisten... Du auch. Schlag in die Eier, ey. Die kann man kaputt machen, aber da ist nix drin. Okay, schade. Ah, komm schon. Wieder raus. Oh, wie viele Leute gibt's hier von euch? Ey, 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 ey. Warum rennt ihr überhaupt? Ich bin hier in einem Hotel. Hier rennen Leute mit dem Gewehr rum. Okay. Was ist das hier überhaupt? Ah, das ist der Ausgang. Kann ich jetzt bitte in Ruhe rein? Ne. Ich darf nicht rein. Okay. So, na dann. Na dann. So, zack, zack, zack. So. Zack. Ich bin noch voll geheilt hier. Ihr kriegt mich nicht, ne. Vergesst es. Alles klar. So, ich glaube ich muss jetzt zu diesem Aufzug dahin machen. Der war ja hier drin. Und dann schauen wir mal. Ja, die Level werden größer. Das finde ich aber auch richtig. So, was ist jetzt hier? Ja, cool. Okay. Korrekt. Gut. Dann. Wo kommen wir denn hier raus? Uh. Bei den Hotels? Ja, Mann. Was haben wir denn hier? Ist das zu? Ah, ist zu. Äh. Oh, okay. Warum ist hier eine Stromleitung? Das ist ein bisschen komisch. Aber naja. So. Komm schon, du Typ. Nein. Fuck. Egal. Ich hab nicht getroffen, ich Idiot. Ah, hier kann man nichts machen. Okay. Nein, ich bin nicht runter. Das ist zu. Ah, hier kann man rein. Okay. Aber will ich hier rein? Das ist die Frage. Moment, da war ja noch was. Die Level werden größer. Das ist gut so. Oh. Das ist ein Diss da. So. Nein. Kann ich da überhaupt rein? Ich glaub nicht, wa? Hä? Kann ich da rein? Ich kann da nicht rein. Oder wie soll man hier... Muss man hier drauf schießen? Oder damit man hier reinkommt? Wie kann man das so ausmachen? Hä? Versteh ich nicht. Wie macht man das aus? Da sind nämlich Gaspompen drin. Die will ich haben eigentlich. Hä? Wart mal. Sorry, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Aber ich guck da jetzt mal wegen den Elektroteilen da. Kann man die nicht irgendwie deaktivieren? Hier komm ich nämlich auch nicht rein. Hä? Wenn das Ding oben ist, trifft mich das trotzdem. Ja. Ne, das geht nicht. Okay. Ne, da muss ich weiter. Dann hab ich keine Ahnung, was... Wie man das ausmacht. Aber egal. Ich muss ja erst einmal hier rein. So. Yo. Okay. Mr. Bond. Oh, hi. Eine Dame lässt man nicht warten. Wo ist Paris? Reden wir zunächst mal über diesen roten Kasten. Hä? Was für ein roter Kasten? Was willst du denn von mir? Ah! Okay. Oh, scheiße, 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 endgegner. Oh mein Gott. Ich glaub, hier war was drin. Hier war... Ja, sehr schön. Schwere Panzerung und Medipacks. Oh, die Mucke. Geil. Hey. So. Wo bist du? Hallo? Wo ist der? Hey. Komm raus. Was ist hier, Bob? Kann ich nicht rein. Was ist das? Hier ist auch nix. Klo. Okay. So. So. Hier. Zack, 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 zack. Du... Du Schwein, ne? Hey, 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 hey. Wenn du meinst, deine Fresse auszureißen, ja? So. Komm schon. So. Komm schon. Komm schon. So. Zack, 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 zack. Und zack. Was ist denn? Hä? Was macht der denn da? Was ist denn der Gegner? So. Zack, 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 zack. Yes. Schafft. So. Den haben wir. Kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Aber was will ich hier? Das ist nur die Küche. Ah, nee, was ist das denn da? Kann ich hier... Ah, Midipex. Sehr schön. Ah, man muss ja echt Geheimnisse suchen. Okay. Alles klar, ich verstehe. Die Tür da. Die ist zu. Okay. Ah, was? Hier sind noch Typen? Oh, nee. Hä? Ah! Moment mal. Bin ich jetzt hier hinter? Wo bin ich hier? Ey, ich war doch eben. Ja, ich bin hier hinter. Geil. Was ist das? Giftgas. Jo, probiere ich mal aus. Hallo, bitteschön. Ah, nee, das bringt nichts irgendwie, ha? Nee, das bringt nichts. Schade. So, dann... Wieso sterben? So, Munition. Geil. Hey. Jetzt sind wir so hier hintergekommen. Alles klar, ich verstehe. So. So, hier kommen wir wieder hier rein. Nee, das will ich nicht. Hier war doch noch, genau. Da ist nichts. Aber hier war doch eine extra Leben. Ich weiß es. Tö, 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 tö. Genau. So. Ah, hier. Schwere Panzerung noch dabei. Geil. Okay. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Dann können wir wieder da reingehen. So. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken. Alter! Boah. So, ich glaube, ich muss hier irgendwo hoch, wa? Kann ich irgendwas machen? Nee, schade. Ah, es ist so eine Riesensuite. Okay, hier bin ich reingestellt. Wir kommen, okay. Alles klar. Dann. Hier hoch. Na, ich suche alles ab. Weil die Level hier sind schon kurz genug. Da will ich doch ein bisschen auch von haben. So. Wo ist jetzt die Paris? Wir müssen uns mit Paris unterhalten. Gasbomben, jawohl. Sehr schön. Vollständige Muni. Okay, zehn Stück. Ah! Ah! Ah, diesmal hat es geklappt. Oh, da ist sie drin. Moment. Nee, 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 nee. Moment, 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 Moment. Ich schaue erstmal noch da drüben. Ob da noch irgendwas ist? Nee. Alles klar. Gut, dann. Ah, Moment. Hier ist auch noch eine? Nee. Wo? Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Hier hast du eine Gasbombe, ey. So, bitteschön. Ich weiß, das ist gemein, aber... Was soll ich machen? Ey! Wo noch? Ah, da unten. So. Bitteschön. Nein, nicht getroffen, ich Idiot. Schmeiß sie dem Typen entgegen. Jawohl, oder? Ja, er stirbt. Alles klar. Sehr schön. Okay. Ah, nein. Ich will nicht aufs Klo. Ah, nee, aber ich glaube, die war hier. Da ist sie. Genau. Jawohl. Alles in Ordnung, Paris? Ich denke schon. Wir müssen hier raus. Los, komm. Aus Hotellen, komm. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch. Aber, da wir jetzt eine Frau dabei haben, nehmen wir die Knarre. Die kommt uns nämlich hinterher und... Ach, Gott. Nee, 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 das ist jetzt aber scheiße hier. Wenn jetzt noch die Typen kommen. Naja. Moment, so. Die kommt mir hinterher, ja, genau. Okay. Alles klar, dann mal los. Raus hier. Raus, 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 raus. Ich glaube, zu unserem BMW, wa? Raus. Ah! Oh. Alla oben. Ah, na. Sorry, ich muss den killen. Zack, 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 zack. Und tschüss, weg mit dir. Alles klar. Können wir jetzt endlich raus? Ja? Ja, alles klar. Okay. Dann gehe ich hier raus. Und hier in den Aufzug. Richtig. Und... Und was war jetzt hier? Na, Kreis drücken müssen wir, ne? Genau. Alles klar. Sehr schön. Ja, die Gesichter hier sehen echt gut aus, finde ich. Auch von der Frau und so. Ja, ist gut gemacht, auf jeden Fall. Und hier raus. So, zack. Und schnell, hopp, 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 hopp. Schnell, 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 schnell. Bist du noch da? Ja. Okay. Komm. Ja, nice. Sehr schön. Alles klar. Cool. Ja. Nice. Mission beendet. Geil. Okay. Ja, dann. Schauen wir uns noch eben die Cutscene an. Dann würde ich sagen, schneide ich das gleich. So, schauen wir. Ja, das war eine coole Mission, finde ich. Also noch mit Retten und so. Yo. Mit Schleichwerbung, okay. Geil. Geile Filmszene. Ja, egal. Äh, wir haben 38.000 Punkte bekommen. Vier Leben. Null Steal. Schade. Wieder. Neu, ist egal. Zeit, 14 Minuten. Impression 24 hinterher. Ah, okay. Ich würde sagen, das speichere ich einfach mal. So. Dann überschreibt das bitte. Ja, ich weiß, die Musik hängt. So, sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, äh, wäre nicht im Part für heute. Ich danke, wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Konvoi Schweizer Alpen. Okay. Ciao, ciao. Ciao.